Glückwunsch so gezinnt ich habe schon eingefunden er hat das bitte dritte hier bin ich jetzt ist die Verlichtung das so liebt das eine bekommen ich dann so nicht reingekommen alles habe ich mir genommen also eigentlich haben die es nur genommen jetzt habe ich sie diese schwein komm her du liebes schwein ein schwein du schwein ich gehe jetzt wieder ohne diese komische leiste dann wie ich hätte mir gedacht dass ich mich mal auf Zombies freuen die ich kann verkauft gegen ein skelett im Wasser also relativ ja und passen auch der Peller kann auch unter Wasser schießen wusstest du das rückzug rückzug scheiß ich sterbe gleich und ich bin fast tot ja ich habe mal bis jetzt komm her fleisch glaubern die ich dann noch einer noch einer was wollen die alle von mir noch eines Hilfe Hilfe Mami wo bist du Hilfe da ja toll verpfiffen fortgeschritten in dem lieben Samen ich sterbe gleich ja ich glaube gut um den See herum dass ich irgendwie überleben halbes Herz wieso heilt sich das nicht nein auch tot ich hole mir die Sachen ich weiß wo sie sind also gut ja wie sie sind die so viele Skelette eigentlich da kommt man da ja komm und gib mir so ein bisschen nein Spaß ich bin schon einmal krepiert als an einem jämmerlichen Tod scheiß ich sehe meine Sachen im Wasser nicht mehr gut gut ja meine Steinsachen sind weg da kommt töten töten ich habe Tötungsinstinkt nicht mehr ja die gehen wir auch zu mir für uns können ja die gehen wir auch zu mir für uns können also geil und all meine Steinsachen sind weg scheiße ich hab ne Spinni, ich hab ne Spinni scheiße, Spinni, Spinni, gib mir ja gut, ich hab ein Seil, Prost und Bogen ein Creeper ist bei unserer Kiste ein Creeper ja und wenn im Wasser hast du Steinsachen drinnen? auch ja komm du Matt und ich will das Schnellocke Lernotten meine Chemie scheiße Rückzug Jack the Ripper 5 man kann es nicht so schießt es hat ein Bogen getroppt für mich an den Bogen Basti hatte Bogen ich habe noch ein halbes Herz wieso Fak wieso ich nur noch ein halbes Herz heile dich heile dich bitte Jesus bitte Jesus heile mich heile mich im Namen des Vaters und des Jahres heile gut 5 ja danke Gott danke für deine unbarnherzigkeit da lernt man die Kirche bringt ihr 0 nur Tod und Verderben kommst du bist du mir das nicht in Ruhe ja da war ich ja auch so wie ein Zombie aus der Welt schon ins Ländermähen wie es Länderte die Wettbewerb in einem Endermänen hast du dort und ich kann auch gut spielen fünf Minuten das machen wir noch ich baue uns ein Haus sie das ist gut ich baue uns jetzt das Superhaus 5000 ja was Achtung Schleichwerbung alle Nerds nicht hinhören kommentare kommentieren okay gut schau dir mal unser super duper ober drüber Haus an da sehnet mich irgendwann ein Kackblock es ist halt sehr provisorisch nennen wir es mal so und ein Erddach da ist ja so schönes gut sie können nicht brennen was zu erledigen Kripp in die Luft ich habe schon alles an da bist du gestorben du musst unbedingt sterben dass ich nicht so debattar stehe echt das wird sich vermeiden lassen pass auf ich habe ein Steinschwert ja gut okay du hast mich überzeugt hast du noch Eisen zufällig ja ja safety first thanks ich find's so geil in der Schwierwald so ein Drogenprojekt halt so das Drogenschletten und so und einer hat allen Ernstes gefragt zählt Kokain auch als Droge hm ich er hat ganz kurz gestutzt und dann hat er einfach weiter geredet als wäre nichts passiert ja ja nein das war nicht unsere Klasse sondern Nachbarklasse gut ja da kommt ich pflanze uns ein paar Blumen vor die Haustür unser Haus wird beim ersten Kripper ins Geld kaputt sein schau mir zieht doch das Haus viel netter aus komm mal her jetzt sind jetzt nicht so einen Kotzbrocken mit Blümchen dran mit Feilchen dran am besten ja ich muss jetzt eh gleich aufhören noch 10 Sekunden ja da muss ich jetzt leider auch